Für Sie, für Funkfeuerwerke, wer es vielleicht nicht kennt, das sind so größere Kisten. Da sind dann bereits mehrere Batterien vorverleitet, choreografiert. Das heißt, Sie haben mit Einmalanzungen bis zu zwei Minuten Feuerwerk. Wir starten mit einer kleineren Box auf der Position 58 von der Firma Leslie Fireworks. Jetzt geht's los. Das heißt, Sie haben mit Einmalanzungen bis zu drei Minuten. Das heißt, Sie haben mit Einmalanzungen bis zu drei Minuten. Das heißt, Sie haben mit Einmalanzungen bis zu drei Minuten. Die Akademie wird mit Einmalanzungen bis zu drei Minuten. Sie haben mit Einmalanzungen bis zu drei Minuten.